Und dann sieht Wimmer die rote Karte. Uns kann man nie vorwerfen, dass wir dann in ein Loch fallen, obwohl wir ein Spieler weniger sind. Recht Freistoß, Turkei, Gemichi Basi führt aus und das macht er ganz einfach perfekt. 48. Spielminute der Mittelfeldspieler mit dem herrlichen direkten Freistoßtreff von dem 1 zu 0. Ja, ich warte die ganze Saison schon, dass ich von der Position endlich mal einen Freistoß bekomme. Das hat man schon im Training gesehen. Also den übt er schon wirklich fast nach jedem Training stellt er sich hin und übt die. Und ja, heute hat er die Früchte geerntet des Trainings. Das ist ein riesen Kompliment an die Mannschaft, was wir für eine Moral in der Mannschaft haben. Ein super Team-Spirit. Selbst mit einem Mann weniger hatten wir neben unserem Tor noch zwei, drei Chancen in Führung zu gehen. Deswegen ist es heute, finde ich, wirklich top und bitter. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn wir in Gleichzeit geblieben wären. Wir sind noch voll im Rennen. Und ich denke, wenn man da jetzt das Positive rausnimmt aus dem Spiel, dann können wir gegen Austria genauso etwas mitnehmen. Es geht um die Europaplätze und dann lassen wir hier ein Feuerwerk los. Ganz einfach. Vielen Dank.